In diesem Video zeige ich dir, wieso es extrem hilfreich ist, wenn du eine große Vision für dein Leben oder auch für dein Business entwickelst. Außerdem werde ich dir zeigen, wie deine Lebensvision dazu führt, dass du mit mehr Antrieb und Leichtigkeit durchs Leben gehst. Die Grundannahme, die dahinter steht, ist folgende. Das Leben ist kurz. Das Leben ist verdammt kurz und das, was Menschen am meisten am Ende ihres Lebens bedauern, ist die Tatsache, dass sie ein Leben nach den Vorstellungen und für die Träume eines anderen gelebt haben. Dass sie nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben und nichts Bedeutsames aus ihrem Leben gemacht haben. Diese Reue ist eigentlich ziemlich unnötig, denn wir haben 70 Jahre oder mehr Zeit, um alles zu erreichen, was wir wollen. Aber wir Menschen schaffen es häufig nicht, den Hintern hochzukriegen und uns wieder und wieder zu motivieren, an unseren Zielen zu arbeiten und unser Leben nach eigenen Vorstellungen zu erschaffen. Beispielsweise mit einem Business, das Menschen weiterhilft und das es uns ermöglicht, finanziell unabhängig mit dem zu werden. Was wir wirklich von Herzen gern machen. Und das alles aufgrund von kurzfristigem Denken, Faulheit und limitierenden Glaubenssätzen, die nicht mal wahr sind. Wir leben in der besten Zeit, um sich ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufzubauen, um ein Business zu starten oder um unser Business zu einem System zu entwickeln, das für uns arbeitet, sodass wir viel Zeit haben für die Dinge, die wir schon immer tun wollten. Wir haben so viele Möglichkeiten. Man findet all das Wissen irgendwo online. Wir können durch das Internet jede Fähigkeit erlernen und es gibt unzählige Bücher von Leuten, die schon das erreicht haben, wo du hin möchtest. Alles, was du brauchst, ist also bereits irgendwo da draußen. Wir leben also wortwörtlich in einer Zeit von unbegrenzten Möglichkeiten. Die Frage ist nur, ob du diese Möglichkeiten auch tatsächlich nutzt, um dir ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufzubauen. Die Frage ist auch, ob du bereit bist, jeden Tag aufzustehen und das zu tun, was notwendig dafür ist. Doch wovon hängt es ab, ob wir das tatsächlich schaffen. Von unserem Bild unserer persönlichen Zukunft. Du brauchst eine inspirierende Vision für dein Leben und für dein Business, die dich antreibt, jeden Morgen aufzustehen und dich an die Arbeit zu machen. Eine Vision, die dich antreibt, Erfolgsgewohnheiten aufzubauen, negative Gewohnheiten zu eliminieren und dich immer weiterzuentwickeln. Warum eine große und anziehende Vision so wertvoll und hilfreich ist, werde ich dir in den kommenden Minuten zeigen. Der erste Grund für eine große Vision lautet, wer groß denkt, erreicht mehr. Wir kennen sie alle, die erfolgreichen und inspirierenden Persönlichkeiten der letzten Jahre, die unsere Welt extrem geprägt haben und es weiterhin tun. Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, Tony Robbins und viele mehr. Was diese Leute gemeinsam haben, ist unter anderem, dass sie nicht davor gescheut haben, groß zu denken und Ziele zu verfolgen, die andere zu diesem Zeitpunkt für unmöglich gehalten haben. Alle, die Außergewöhnliches erreicht haben, wurden am Anfang belächelt. Mach dir bewusst, dass es fast nichts gibt, was du nicht mit ausreichend Zeit und Einsatz erreichen kannst. Und wenn es dein Ziel ist, das Leben von tausenden Menschen zu verändern, wirst du ganz anders vorgehen müssen, als wenn es nur dein Ziel ist, das Leben von einem Menschen zu verändern. Du wirst viel mehr Energie aufwenden und du wirst automatisch intensiver und länger an deinen Zielen arbeiten, weil du weißt, dass du wirklich über dich selbst hinauswachsen musst, um dieses große Ziel zu erreichen. Der zweite Grund lautet, ohne Vision keine Motivation. Wenn du nicht jeden Tag ein für dich inspirierendes Endziel vor Augen hast, wie dein Leben und dein Business aussehen soll, dann wird es für dich nahezu unmöglich sein, langfristig an deinen Zielen dran zu bleiben. Die meisten Leute scheitern mit ihren Zielen alleine daran, dass sie zu früh aufgeben. Und das liegt meistens daran, dass sie aus den Augen verloren haben, wo sie hin möchten. Und auch, dass sie es nicht für möglich halten. Dass du es dir zutraust, dein Ziel zu erreichen, bedingt aber, dass du ganz genau weißt, wie dein ultimatives Endziel von einem Leben nach deinen eigenen Vorstellungen aussieht und dass du es jeden Tag in dein Unterbewusstsein einbrennst. Wenn das nicht gegeben ist, wunderte es mich auch nicht, dass viele schnell wieder aufgeben, wenn sie ein neues Business starten, weil sie mit einer oberflächlichen Motivation loslegen, wie zum Beispiel einfach nur mehr Geld zu verdienen. Wenn sie nicht herausfinden, was sie wirklich in ihrem Herzen motiviert, dann scheitern diese Menschen oft kläglich. Außer natürlich, sie lieben Geld an sich schon so sehr, dass sie sich am liebsten jeden Tag in einer Badewanne voll mit Geldscheinen baden würden. Dann ist Geld eine gerechtfertigte Motivation. Aber in so gut wie allen Fällen ist es nur ein Mittel zum Zweck, um andere Dinge zu tun oder zu erreichen. Oberflächliche Ziele sind zwar auch wichtig, aber sie motivieren eben nur bedingt. Überleg mal, was hört sich motivierender für dich an? 10.000 Euro im Monat zu verdienen oder sich selbst, seiner Familie und vielen anderen Menschen ein besseres und glücklicheres Leben zu ermöglichen, ein wunderschönes Haus zu haben, die Welt zu entdecken und am Ende des Lebens ohne Reue sagen zu können, ich habe ein geiles Leben gehabt. Ich nehme die Variante Nummer zwei. Außerdem reichen solche oberflächlichen Ziele wie einfach nur mehr Geld zu verdienen, vor allem in den schlechten Zeiten nicht aus, um dauerhaft dran zu bleiben und immer weiter zu machen. In Tiefphasen musst du dich immer daran erinnern können, warum du überhaupt angefangen hast und warum es wichtig ist, dass du weitermachst, bis diese Tiefphase vorbei ist. Ansonsten verlierst du das große Ganze aus den Augen und denkst dir, dass es nicht wert ist, so weit aus deiner Komfortzone zu gehen. Hinter irgendwelchen Zahlen stecken nun mal keine Emotionen. Ich kann dir eine Million Euro in bar geben, aber wenn du sie nur an deine Wand kleben und damit deine Wohnung tapezieren kannst, dann hast du vielleicht eine coole Tapete, aber das Geld wird dein Leben nicht sonderlich verbessern. Es geht also vielmehr darum, wie dein Leben aussehen soll und was deine echten Antriebe sind und welche Emotionen damit verbunden sind. Kommen wir jetzt zu Grund Nummer drei. Mit einer inspirierenden Vision siehst du immer einen höheren Sinn hinter dem, was du tust und du hilfst anderen. Vollkommen eigennützige Ziele sind meist nur von kurzer Dauer, denn auf dem Weg zu unseren Zielen werden wir früher oder später feststellen, dass es um viel mehr geht als nur um uns selbst. Verstehe mich nicht falsch, ich habe auch Ziele, die einfach nur mich und mein Ego befriedigen. Gleichzeitig habe ich aber auch erkannt, dass wir die größte Erfüllung mit unserem Business und dem Leben allgemeiner fahren, wenn wir Menschen wirklichen Mehrwert bieten und einen Beitrag für das Leben anderer leisten. Das ist es, worauf wir am Ende unseres Lebens zurückschauen und nicht, wie viele verschiedene Rolex-Modelle wir im Schrank haben oder wie groß unser Fuhrpark ist. Außerdem neigen wir Menschen dazu, eher an Zielen dran zu bleiben und uns an Verpflichtungen zu halten, wenn wir sie für andere tun. Viel mehr, als wenn wir sie nur für uns selbst tun. Wenn du weißt, dass du einen Mehrwert für andere liefern kannst und du das Leben anderer verändern kannst, dann wirst du auch immer mehr die Einstellung annehmen, dass es deine Pflicht ist, allen zu helfen, denen du helfen kannst. Dadurch fällt es dir viel, viel leichter, Dinge wirklich durchzuziehen. Du kennst es sicher selbst, wenn andere Menschen auf dich zählen, dass du sie einfach nicht im Stich lassen möchtest und deshalb manchmal doppelt so viel Einsatz bringst, als wenn du eine Sache nur für dich erledigen würdest. Dieses brennende Verlangen entsteht auch, wenn du eine Vision entwickelst und du weißt, was für einen Beitrag du für andere Menschen leisten möchtest und vielleicht sogar musst. Es wird dir dann auch nicht mehr schwerfallen, den Sinn hinter deinen alltäglichen Routineaufgaben zu sehen, weil du weißt, dass alles, was du tust, final deiner Vision dient. Du räumst deinen Schreibtisch nicht mehr auf, um deinen Schreibtisch aufzuräumen, sondern weil du weißt, dass das im Endeffekt dazu beiträgt, dass du dir das Leben aufbaust, das du dir wünschst und dass das Leben anderer Menschen verändert. Ein weiterer Aspekt, der dir dabei helfen wird, eine Vision zu entwickeln und zu verfolgen, ist es natürlich auch, diesen Kanal zu abonnieren. Also bevor wir zum vierten Punkt kommen, klick doch mal schnell auf den Abo-Button. Dann bekommst du laufend Videos, die dir dabei helfen, deine Vision zu entwickeln und kontinuierlich darauf hinzuarbeiten. Und damit kommen wir auch schon zu Grund Nummer vier. Du hast durch eine Vision ein ultimatives Kriterium, an dem du deine Entscheidungen ausrichten kannst. Mit deiner Vision fällt es dir nicht mehr schwer, Entscheidungen zu treffen. Das ist genauso wie mit deinen Werten. Auch deine Werte helfen dir, Entscheidungen zu treffen, weil du weißt, was dir wichtig ist. Im Grunde repräsentiert deine Vision deine Werte und Vorstellungen und wann immer du eine schwere Entscheidung treffen musst, musst du dich nur fragen, ob es dem Erreichen deiner Vision dient oder nicht. Gleiches gilt für dein Business. Wenn du weißt, wo du mit deinem Unternehmen hin möchtest, dann kannst du extrem leicht Nein sagen, zu allem, was dieser Vision nicht dienlich ist. Du vermeidest dadurch Ablenkungen, die nur deinen Fokus streuen und dich nur von deinem Weg abbringen würden. Du kannst Nein sagen zu geschäftlichen Verlockungen, weil sie nicht deiner Unternehmensvision dienen und auch im Hinblick auf Weiterbildung weißt du nun ganz genau, worauf du deinen Fokus ausrichten musst, um schneller an dein Ziel zu kommen. Das bedeutet, du brauchst keine Pro- und Kontralisten mehr, musst nicht erst 10 Leute aus deinem Umfeld um Rat bitten oder wochenlang über eine Entscheidung schlafen. Erfolgreiche Menschen treffen schnell eine Entscheidung und bleiben lange bei dieser Entscheidung. Und das liegt daran, dass sie eine Vision für ihr Leben und für ihr Business definiert haben. Der fünfte Grund, warum du eine Vision brauchst, lautet, entweder du hast eine eigene Vision für dein Leben oder du wirst Teil der Vision eines anderen. Das Statement ist eindeutig. Viele kennen es vielleicht auch unter, wenn du keinen Plan für dein Leben hast, wirst du Teil des Plans von jemand anderen. Und genau das ist es, was ich meine. Dadurch, dass viele Menschen durchs Leben gehen, ohne eine handfeste Vorstellung zu haben, wo sie hin möchten, sagen sie zu jeder Gelegenheit Ja, die sich ganz gut anhört, probieren unzählige verschiedene Dinge aus und springen von einer Idee zur nächsten. Wenn du nicht an deinen eigenen Zielen und deinem eigenen Business arbeitest, dann arbeitest du als Angestellter für die Ideen und für das Business von jemand anderen. Das ist grundsätzlich auch nicht falsch, denn jedes Unternehmen braucht gute Mitarbeiter, die die Unternehmensvision teilen und gemeinsam daran arbeiten. In der Praxis ist das aber leider sehr selten der Fall. Im Endeffekt arbeiten die meisten Menschen dann nur noch für die Ziele anderer Menschen. Wenn du allerdings eine große Vision hast, wirkst du extrem anziehend auf Menschen, die mit dir zusammenarbeiten wollen, weil du weißt, was du vom Leben möchtest und wie dein Leben und dein Business aussehen soll. Menschen werden anfangen, dich zu unterstützen, deine Vision zu erreichen. Und dann wird die Vision, die du für den Business hast, auch die Vision deiner Mitarbeiter und Geschäftspartner. Und das ist ein ziemlich geiles Gefühl, wenn du weißt, dass alle in deinem Umfeld gemeinsam daran arbeiten, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Nicht nur das. Wenn Menschen sehen, wie viel Leidenschaft, Energie und Motivation du auf dem Weg zu deinen Zielen verkörperst, werden diese Menschen anfangen, dir zu folgen und du wirst selbst zu einer inspirierenden Persönlichkeit. So wie die Menschen, an die viele von uns bei dem Wort Inspiration denken. Du gewinnst mit einer großen Vision leichter Kunden. Du findest leichter Geschäftspartner und ziehst allgemein die Menschen in dein Leben, die dich so akzeptieren, wie du bist und die deine Vision auch inspirierend finden. Und der sechste Grund für eine große Vision, du wirst dich auf dem Weg dorthin automatisch extrem weiterentwickeln. Wenn du große Ziele hast, musst du dich natürlich auch persönlich mehr weiterentwickeln, als wenn du kleine Ziele hast. Das Spannende ist aber, dass deine Persönlichkeitsentwicklung für dich dann schon fast automatisch passieren wird, weil es notwendig ist, um dorthin zu kommen, wo du hin möchtest. Du wirst Freude daran gewinnen, die richtigen Gewohnheiten aufzubauen, auf Seminare zu gehen und dich coachen zu lassen, weil du weißt, dass dich das näher an deine Vision bringt, die dich antreibt. Mir geht es mittlerweile sogar so, dass mein Unterbewusstsein so auf mein Ziel von einem Leben nach meinen eigenen Vorstellungen programmiert ist, dass ich unterbewusst durchgängig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Trainings und Coachings bin, die mir dabei helfen, schneller dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Mir kommen auch automatisch laufend neue Ideen und ich löse förmlich nebenbei Schwierigkeiten, die noch im Weg stehen. Und das alleine durch die Kraft einer großen und inspirierenden Vision und dem Training meiner inneren Einstellung und Denkweise. Stell dir also die Frage, ob du es später bereuen möchtest, ein Leben gelebt zu haben, das weniger als deinem vollen Potenzial entspricht. Oder ob du es später bereuen möchtest, nicht den Beitrag gehabt zu haben, zu dem du eigentlich entstande gewesen wärst. Die Reue, nicht das eigene Leben gelebt zu haben, sondern das Leben, das den Vorstellungen anderen entspricht zu leben und das Gefühl, sein Leben zu verschwenden, ist eines der grausamsten Gefühle, die es gibt. Entwickle also eine für dich attraktive Vision von deinem Leben und beginne damit jeden Tag daran zu arbeiten. Wenn du selbstständig bist oder Unternehmer und wenn du auch eine Vision für dein Leben und für dein Business entwickeln willst, um dir so ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufzubauen, dann bewirb dich jetzt für eine kostenlose Strategiesession mit mir. In dieser Strategiesession werden wir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan entwickeln, wie du dir ein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen aufbaust, eine glasklare Vision entwickelst und anschließend auch tatsächlich in die Umsetzung kommst, damit du all deine Ziele erreichen kannst. Klick jetzt auf die Endcard oder auf den Link in der Videobeschreibung und bewirb dich für eine kostenlose Strategiesession.